Toll. Ist das ein Gesundheit? Das ist ein Gesundheitsinjektor. Warte mal. Äh, Arsenal? Kann ich irgendwas fallen lassen? Mann, wir haben so viel zu verkaufen. Wir kriegen so viel Stuff. Äh, Sturz. Wir stürzen das mal und nehmen mal den hier und machen mal den. Ah, ja. Uns geht es schon viel besser. So, dann nehme ich den Akkusatz wieder mit. Und wir haben hier großartig. So, verkaufen. 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 Mein Gott, wir kriegen richtig viel Asche, ne? Alter Schwede. Wir können uns jetzt eigentlich den Dings leisten. Den hier. Den maximierten Schaden. Wir können aber auch, äh, die Waffen weiterleveln. Schaden der normalen Flinte. Handschuhe bin ich eigentlich erstmal so weit zufrieden. Wann kommt denn hier der Schaden? Den haben wir ja schon gekauft, ne? Was wäre jetzt hier als nächste? Magazingröße und... Oh, Explosivgeschoss-Upgrades für 2,7. 900 kostet die Magazingröße. Würde ich vielleicht nehmen. Die nutzen wir ja schon relativ häufig, ne? Okay. So. Okay, 2,7 kostet das. Wir haben jetzt noch 1,6. Blockschutz. Aktiviert passive Betäubungsstrahler, sodass ein Officer weniger Schaden beim Blocken nimmt. Bricht den Arm eines Angreifers, wenn sie den Nahkampf eines Officers blocken. Okay, ja. Was ist hier oben eigentlich? Blocken verursacht Schaden beim angreifenden Gegner. Ist auch schön. Was haben wir hier noch? Für 600 mehr Schaden. Machen wir mal. Komm. Mehr Schaden ist immer gut. Verwendung überprüfen. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. UJC. Vielen Dank für ihre Produktivität. So, okay. Das wäre Magazingröße und da wäre der Schaden dann, okay. Ja, sparen wir mal den Rest. Money, money. So, erstmal nachladen. Äh, wo ist denn die Flinte? Hier. Wie verladen wir denn jetzt? Oh, acht Schuss anstatt vier. Das lohnt sich auf jeden Fall schon mal. Spiel speichert. Äh, das sieht alles so eklig aus. Höh! Wo kommt der denn her? Äh, aua. Wo kommt der denn her? Den hab ich ja noch gar nicht gesehen. Der, der taucht da einfach auf. Der Kack-Kerl. Komm, ist es noch ein Alien? Äh. Das war das eiskalte Händchen. Das war mehr als knapp. Knapp, knapp, knapp. Knapp, knapp, knapp. Knapp, 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 knapp. Caution. Wartungsbereich. Spiel speichert. Bedeutet nichts Gutes. Ich guck erst mal hier. So, was haben wir da Schönes? Oh ja, ein Energieumwandler. Ein marktloser. Den wir verkaufen können. Na toll. Das sieht aus wie ne kleine Kampfarena. Es war so klar. Natürlich. Und die haben uns gemerkt. Die haben uns bemerkt, oder? Oh ne, doch nicht. Alter, das sind vier Stück. Da hinten lag ein Explosiv-Ding, ne? Wie laufen die? Ich muss mal gucken, wie die laufen. Kommen die hier hoch? Wie sie da laufen, Alter? Wieso? Voll die Rentner-Tänzer. Äh, Hammett. Hammett, ich folge dir. Okay, die folgen auf jeden Fall irgendeinem Muster. Aber die sind trotzdem unberechenbar. Ich dachte, ich laufe uns hinterher, aber... Kommt einer hier hoch? Ne, ne? Bitte komm nicht hier hoch. Ich umlaufe die einfach mal. Der Sack hat sich umgedreht. Aber nur angetäuscht. Der hat nur angetäuscht, der Schlingel. Ich warte mal kurz ab. Ich glaube, mein Kopf blutet. Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere mein Glück gleich mal. Kann der auch mal weggehen? Bitte? Scheiße, die kommen schon wieder, ne? Okay, das wird knapp. Äh, entweder versuche ich sie jetzt zu umlaufen. Ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Bin ich ganz ehrlich. Ist ja eine schon auf dem Rückweg. Ah, jetzt bleibt der eine mal hier stehen, Mann. Natürlich. Natürlich dreht der sich um. Natürlich. Genau jetzt. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt sind die wieder so aufgeteilt. Was ist denn mit denen? Jetzt sind die drei zusammen. Die drei von der Tankstelle. Und der kommt schon wieder. Ah, scheiße. Ich beeile mich. Natürlich geht er da lang. Natürlich. Die anderen hören das, ne? Doch nicht. Schnell weg. Puh. Puh. Okay, also hören die das nicht. Das ist schon mal gut. Aber das hören die jetzt, oder? Außenprotokoll 2. Dr. Sheelan-Yoon. Okay, warte. Wir haben ja die Zeit. Außenprotokoll 2. Sie schicken schnell Hilfe. Das hoffe ich auch. Was wollte ich sagen? Achso, weil ich es gerade sehe. Schatzi spielt gerade tatsächlich. Hell is others. Das ist ja dieses Spiel, was so wie Tarkov ist, nur in der oben drauf sich. Könnt ihr euch daran entsinnen? Was so ein bisschen wie GTA 2 Style ist. Wo du auch gegen andere Spieler spielst. Das ist aktuell im Epic Store kostenlos. Das könnt ihr euch kostenlos runterladen. Im Epic Store. Also falls ihr mal Bock habt darauf, das zu spielen. Hell is others. Ladet das mal runter. Das ist echt geil. Das kann ich nur empfehlen. Das macht echt Spaß. Achso, hier müssen wir lang. Okay. Hell is others. Kostlos im Epic Store. Kann ich nur empfehlen. Phantom Abyss? Ja, gibt es aber schon länger auf Xbox. Ich weiß gar nicht, seit dem letzten Update. Äh, was? Äh, es war so klar. Man achtet da aber auch nicht drauf, ne? Auf diese Scheißteile achtet man auch gar nicht. Das ist so gemein. Ich heil mich mal. Ah. So, gleich wieder besser. Ja, kannst du mal ein bisschen üben. Sleppert. Vielleicht sehe ich dich ja mal irgendwann als Phantom. Das wäre ja lustig. Dadurch muss ich nicht, ne? Ne, da bin ich zu klein für. Da ist eine Kiste. Die hole ich mir mal. Toll, da war wieder nichts drin. Was ist denn das für eine Verarsche? Was? Carry Light? Wie Carry Light? Big Carry Light. La 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 la. Big Carry Light. La 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 la. Big Carry Light. Pump up the base. Big Carry Light. La 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 la. Und er droppt nichts. Droppt like it's hard. Jetzt kommen anscheinend auch wieder die anderen, ne? Natürlich. Oh. Hinter uns? Oder wo? Das hörte sich so an. Der bewegt sich nicht, ne? Der Schlingel. Gott sei Dank. Ne, nur mal so als kleiner Tipp. Wie gesagt, äh, hell is others. Natürlich. Im Epic Store kostenlos. Kann ich den stechen? Kann ich. Als ob der andere das nicht mitkriegt. Oh Gott, das wird ja immer besser. Oh Gott, das wird ja immer besser. Sneaky, sneaky, pupiki. Oh, kann ich mit diesem Bagger da fahren? Einfach durch die Menge? Oh, das wäre ein Traum. Einfach durch die Menge düsen. Ja, Spiel speichert. Das bedeutet nichts Gutes. Und hier werden einige sein, glaube ich. Ja, ist doch gut. Beruhig dich mal. Bleib stehen. Du hast doch was. Ich will sie nur anbaggern. Ja, das ist richtig. Und Credits will ich von denen. Don't make a sound. It's pretty, ja. Ich frage mich, wo wir hin müssen. Bestimmt da hinten irgendwo, oder? Ich gehe erstmal hier lang. Ich so hier so, die so da so. Diese Spikes, ne? Was, was im normalen Betrieb jetzt, wenn hier keine Monster wären, was haben die Spikes denn eigentlich für eine, für eine Daseinsberechtigung? Was, Automatik, bist du im Bauplan? Äh, wo kommt der denn her? Natürlich. Wieso dreht der sich in einem Kreis? Was macht der da? Was ist denn mit dem? Wie unberechenbar der einfach ist. Natürlich. Du kleiner Schlingel. Du, 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 1, 2, Polizei. Drei, vier, Grenadier. Und schwupps, die, wupps, ist er weg. Und das machen wir nochmal. Eins, zwei, Polizei. Oh, da sind drei auf einmal. Hui. Voll die Groupies. Na, kommst du mal hier hin? Komm nochmal. Na, komm nochmal. Na, komm mal. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Na, komm mal ein bisschen hier hin. Komm zu Papa. Danke. Ich muss ein bisschen den Überblick behalten hier. Hä, wo laufen die hin? Tschüss. Schön aus dem Bild geglitten. So. Laufen die Ba... Ach, da ist ja auch noch einer. Moin. Grüß dich. Kommt da einfach aus der Wand. Was ist denn mit dem? Oh, die zwei von der Tankstelle sind aber echt nicht gut. Ah, die sind blöd. Die sind richtig kacke da. Kann ich da drunter her? Ich frage für einen Freund. Zugriffskreuzung, auch schön. Na, ich kann da nicht her. Die Monster, ja, ich nicht. Was ist denn mit den beiden? Okay. Wenn die beiden da winzeln, immer hin und her, dann versuche ich mal hier links zu gehen. Pass auf. So, die müssen ja eigentlich gleich wieder kommen. Äh, was? Da ist einer? Wo kommt der denn her? Was ist mit dem? Die gehen immer ganz komisch andere Wege, ne? Das ist so weird. Weil die haben eigentlich gar keine so richtige... Guck mal, der kommt jetzt hier lang, der Drecksack. Die haben gar nicht so richtig so eine... So eine... So ein... Die haben gar nicht so eine Route irgendwie, wo die wirklich lang gehen. Die sind so unberechenbar einfach. Die gehen völlig random irgendwo lang. So, wo sind denn die beiden? Hübschen. Waren das die beiden? Ich geh mal eben hier hin. Ich so hier so. Oh nein, hier kommt was. Ich hör was. Ich so hier so. Der so da so. Kommt der hier hin? Der so da so. Ich so... Den hier. Ins Gesicht. Ich so den. Ich so. mich so... Komm. Put, 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 put. Put, 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 put. Sei ein braves Monster. Sei ein ganz braves Monster. Und lass mich einfach vorbei. So. Stirb. So. Okay. Hier müssen wir, glaube ich, hin. Natürlich. Es wäre ja auch sonst so einfach. Es sind drei, ne? Glaube ich zumindest. Soll ich mir den Spaß gönnen? Ich gönne mir den Spaß. So. Wo sind denn die zwei? Juhu, ihr Hübschen. Na, komm her. Aber wieso fliegt er nicht da rein? Mann, komm her, du Schlingel. So, geht doch. Hä, will er nicht? Ah, jetzt lässt er was fallen. Willst du auch? Komm mal her. So. Das muss doch mal reichen jetzt hier. So, genug geschlichen. Ich gehe einfach mal weiter. Okay. Spiel speichert. Ja, da war noch jemand. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Kommt der? Natürlich. Es war so klar. Er kommt noch mal. Der Knight Rider. So, gib mir mal deine Kalisto-Credits, bitte. So. Ich will mal eine Runde einkaufen. Baupläne werden hochgeladen. Juhu. So. Ähm. Die ist neu, ne? Automatikpistole der UJC-Einheit. Salven-Modus. Okay. Stabilität. Aber so viel Schaden macht die gar nicht. Tatsächlich. Ne, will ich gar nicht haben, die Waffe. Ich spare mir lieber die Kohle. Ähm. Was leveln wir denn mal? Boom-Kugeln. Für die kostet 1,8. Was kriegt die am Ende? Schwarmgeschosse. Auch schön. Explosiv. Oh, ja. Hätte ich gerne. Hätte ich auf jeden Fall gerne. Kostet 2,7. Ich würde gerne speichern. Äh, speichern. Ich würde gerne sparen auf die 2,7. Ähm. Wisst ihr was? Wir machen hier an der nächsten Stelle weiter. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, einfach mal um mich auszumachen. Und dann machen wir nächstes Mal weiter hier, äh, bei Kalisto-Protokoll. Und dann seid ihr wieder dabei auf YouTube. Also, bis dann.